um was für den bei längst gar Prozent Prozent der Führer aufhörte WTF ich bin ein paar Augen mit Prozent Prozent fag ich habe vergessen Portion zu kaufen Ah nochmal zurück Soll ich den Amboss und so mitnehmen? Brauchen wir Amboss? Ne haben wir schon Auch den Amboss? Ne haben wir schon Amboss? Halt die Fresse Wir haben doch nur Luft, aber nicht Wir haben Mamboss Okay Wieso kriegen die Burning Skulls nur? Aber mit der Axt kann ich den ordentlich damit schmecken Und schon wieder ein Stern Wie viele Sternen hast du? Ein Zwei Stück halt, ich glaube ich Was? Nein Tom Die haben eine üble Defense, diese Augen Tom, hast du schon dein Mana-Kristall? Ne, noch nicht Aber ich habe so ein Ding mit Life Regeneration bekommen Achso, ein Band Genau Mann, ich finde das so kass Ah, ich bin gestorben, verdammt Fallschaden, nicht Depp Statt hier auch irgendwelche Items zu finden Nein, ich gammel hier ganz rechts rum Ich gammel jetzt auch gleich ganz rechts Ne, das Bett ist jetzt da Das Bett ist jetzt da Das Bett ist da Ja, aber ich traue mich trotzdem nicht meinen Mirror zu benutzen Ja, für dich ist das Bett wahrscheinlich sowieso nicht erreichbar Ja, ja, ja Das Witzige ist, die Zombies anstatt das so hochkönnen von unten in die Grube rein Du hast vier, oder? Er heißt Clemy Ja, ich weiß Hast du vier? Wir haben Sterne Nö Es gibt ja alle abgelegt Es ist jetzt so zwölf oder so rum Ich gehe nochmal runter in den Dungeon Versuch mein Geld zu finden Ich habe noch ein Stern Nice Bin ich wenigstens nicht ganz umsonst hierher gelaufen Leute, da sind die Soul-Eater-Dinger hier auch schon Die sind nur bei, wenn irgendwo Corruption ist Okay, und das bedeutet? Dass da irgendwo nur Corruption in der Nähe ist Nee, die Eater auf Soul-Zinn müsste ja irgendwann alleine sein Das ist ja schön Oh, es wird wieder hell Es kommen die nervenden Schleime wieder Das ist ja schön diese stelle es ist es muss ich ja voll konzentrieren nicht krepiert Prozent 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 Goldherr Gleich bin ich da Euro ich hab extra für dich mitgebracht Ja, dann kann ich einen verkaufen Lol Was ist da jetzt so ein Eater of Soul bei uns oben? Weil irgendein Spaßvogel Corruption gepflanzt hat Ah ne, wegen dem Gestein hier Das Gestein ist von dem Dingens Von der Corruption Das darf da nicht sein Oh, dann mach ich das mal weg Ich hab das auch ins Haus gesetzt, ne? Ja, sehr gut Wir können doch Bücherregale machen, theoretisch Und praktisch? Auch Praktisch könnten wir es auch sein lassen Nö, die sind wichtig So, kannst du mir dann gleich die ganzen Dinger geben, die du hast? Die ganzen Sterne Ja, bitte Ja Oh, ja Donnie Ja? Gif Ben Ich hab nicht mehr wie vorher Doch Gip her Ich hab die schon abgegeben, Alter Oder die sind grad verschwunden Na, da müssen wir ab jetzt, die in meinen Kisten legen Nicht so Weil beim Wegwerfen können die auch einfach mal verschwinden Ja, die sind glaub ich gerade verschwunden, weil's Tag ist Ja, genau, weil's Tag ist Hooray Das freut mich Ich leg in die mittlere Kiste mal die Sterne Ich hab Mana Potion, die leg ich auch mal da rein Ja, ich hab auch Mana Potion Ich häng, ähm, den Räumen mal, äh, oben mal diese Lampen da rein Sollen wir wieder in den Dungeon? Ja, sicher Nicht mehr langsam nach unten Nein, in den Dungeon Äh, die ganzen Räume brauchen noch Tische Sonst kannst du noch so lange warten Ich weiß Das Problem ist, dass, äh, Holzprobleme und so Achso, ich hab unterwegs nix abgebaut Ich kann mir nur vier Tische bauen Warte mal, das ist ein Tisch drei breit Nein, zwei Ja, der ist tatsächlich Ne, der ist Drei? Naja, stimmt Linkes Bein mit, äh, rechtes Bein Kommst du mal auch und hilfst? Und wat? Bin grad am überlegen Die mittlere Kiste da wegzumachen Und irgendwie auf ne Plattform zu stellen Naja Weil das ist so ätzend, immer außen herumzulaufen Tatsächlich helfen, ich kann Ich hab kein Holz Aber wat? Blaue Kerze hab ich auch in Truhe getan Oder hast du die da her? Ne Machen wir auch mal hier unten Haben wir hier immer noch Glas? Ja, neun Glas hab ich noch Ja, rein theoretisch müssen wir uns noch einige Sachen craften Ja, das sieht auf jeden Fall schon viel netter aus Du hast recht, ich hab kein... Clemy, was machst du da? Äh, ich hab glaub ich einen Fehler gemacht Oh, wenn du nörst Wieso hast du einen Fehler gemacht? Mhm, ich hab einen kleinen Tunnel nach unten gegraben und bin jetzt direkt im Tempel bzw. in Dungeon gelandet Und was genau daran ist jetzt ein Fehler? Äh, dass ich durch den Dungeon durchgraben muss Ich hab Dynamit Okay, ich auch Okay, das ist der Nachteil an der Scheißkugel Die ist viel langsamer und beim Runterfallen ist das ein bisschen kacke Achtung, Dynamit Hektar Na, super Äh Das ist grad gebackt Ne, stimmt, ich glaub seit dem Update kann man das nicht mehr mit Dynamit entfernen Äh, Spikes ist ein bisschen ungünstig Ach, die gehen schon kaputt, ich mach die bitte Ja, dann dürfen wir aber nicht komplett alles wegmachen Moment Lass einen, einen Block übrig, damit wir eben die Spikes entfernen können Kann man nicht entfernen Er darf mit dem Hammer Echt? Okay Ein Hammer ist der Beste Geh mir nicht auf den Sack Die Spikes entfernt Au, 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 au Ah, hier bin ich der Flanterfleck You were slain Die Augen musst du mit dem Mega Hammer machen Dann musst du erstellst ja noch einen Kommt mal runter und helft mir hier Ich bin hier alleine Naja Ah Der Truhe ist nix mehr Gutes, nur noch Heiltränke Das Problem ist, ich weiß nicht wo es hier endet, deswegen müssen wir mal Fackeln aufstellen So als kleinen Warnhinweis Achtung, du stirbst gleich Die Dinger müssen wir mit dem Hammer zerstören Die Augen, die haben ne übelste Defense Ich geh nur hier durch den Gang durch Alter, die Spikes ziehen ja viel Ich erkund einfach mal Und benutze nach meinen Dingen zum wieder rauszukommen Alter, was ein Scheiß Ich bin hier unten nur am Dauerverdreck, meh Ah, ich lagere mein Geld mal in die Thronen Uff, knapp Ja Ja Ja, ich hab unten jetzt paar Fackeln geplaced Okay Wir brauchen noch einen Ratsch Man sollte sich nicht unbedingt an die Spikes Run grabben Na cool Ja Seid echt Helden Ich will mal ein Spiegel haben Hast du kein Spiegel? Gib mal ein Spiegel nochmals Ich dachte, du wirst es ein Nein Jetzt sag ich nicht Geil Geil Ich geh längs her Das ist wesentlich sichtbar Dungeon Ich find auch so ein Lichtball, man Ja der ist schon praktisch Wieso seid ihr bald gleichzeitig slain Wieso seid ihr bald gleichzeitig slain Weil Ich Idiot Fallschaden genommen hab Schnapp dir mal mein Geld Geh da mal runter Ja Außerdem müssen wir da irgendwie mehr Leute Wie nur die Nurse bekommen Man Man Ficken Komm mit Das verlier ich jedes Mal Gold Ich hab doch mein ganzes Gold schon abgelagert Ich bin übelst Ich bin übelst viel trocken Ja Ich bin übelst viel trocken Äh, das kann natürlich auch Wieso mache ich jetzt diese Dinger nur einen Schaden Ich bin übelst in die Fenster und da muss ich auch